Also, ich und mein Sohn machen heute mal, mein kleiner Sohn, komm her, komm mit deinem Studio an, bitte. Hallo, mein Sohn. So, der kleine Herrschle, der Bärsang, guck mal hier her. Ja, guck mal, bitte. Sag mal, hallo. Hallo. Er wird mich jetzt mal schminken, ich habe das ganze Schminkzeug her. Oh, nee, die... Die Wellis sind nur noch am Quatze. So, ich habe hier jetzt mal Haufen Schminke dabei. Und mein Kleiner darf mich jetzt schminken. Du darfst mich fragen, warte. Warte, Hauptsache, man sieht mich so. Hey, ich mache immer das. Ja, jetzt mach, komm. Komm an. Du ziehst hier das hier, damit kannst du das nehmen und meine Augen machen. Ich möchte das machen. Ja, aber dann musst du das hier nehmen. Und welche Farbe willst du? Schmeckt man das. Ja, komm mit mir. Und schmink man das. Für was nützt man das? Für Augen. Einfach die schwarzen Dinge. So wie du willst. So wie du denkst, dass es richtig ist. Da, oh, anders, da kommt nicht was. Egal, egal, du kannst schminken, wie du willst. Egal. Und da schwarz von mir. Egal, kannst du machen. So wie du glaubst, dass es richtig ist. Ja, aber ich habe doch nicht nur ein Auge. Ich habe Angst, dass ich auch aussehe wie ein Geist. Du bist fertig. Mit den Augen? Wow. Und was musst du jetzt machen? Äh, meine Hand. Ja, du kannst gleich waschen. Was musst du jetzt machen? Waschen. Nein, nein. Was musst du hier nehmen und mich schminken? Etwas jetzt? Ich bin doch noch nicht fertig. Ich möchte alles machen. Ja, so wie du willst. Ich möchte das. Aber das macht man doch später. Hast du das schon genommen? Nein. Nein, das musst du schon machen. Da ist ja nichts dran. Du musst, das ist für das. Guck. Äh. So. Und jetzt? Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Danke schön. Ja, du bist fertig. Und jetzt? Mach das kurz mal der Beikante. Wow. Sehr. Und jetzt nehme ich. Okay. Soll ich das auch machen? Ja, aber langsam. Ich mach ich nicht das einfach mal. Du musst aber langsam, nicht festdrücken. So? Ja. Mit den sie nicht so festdrücken. Der sieht so scheiße aus, weil er pink ist. Mach mal du mal. Mach mal du mal dein Mund. So, 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 so. So, 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 so. Weißt du das, jetzt bitte? Guck mal auf die Kamera. Schau sie an mir. Und wie sieht es mit den Augen aus? Mama macht das sonst immer mit Pantuscheln. Mehr als mit Pantuscheln. Nein, nein, das hier musst du doch machen. Was ist das denn? Das ist nichts. Das ist auch ein Lippenstift. Nicht einmal auszudämmen. Ja, das hier musst du doch machen. Für Mamas Auge. Okay, guck so. Ja, so. So, guck so. Ich hatte es Zeit. Mama macht doch immer so. Okay, du. Und andere Seite. Ja. So, es geht weiter. Weiter. Ist es fertig? Ist es fertig? Nein, ich auch mal. Okay, mit einem 5-Jährigen wird es nicht besser. Wieso? Weil du mich komplett im Halloween weiter... Ja, Halloween. Was willst du noch machen? Ähm... Das ist das Gleiche, was du gerade in meine Augen gemacht hast. Ähm... Was ist das? Was ist das? Kannst du aber auch machen. Ich will das machen. Ja, aber welche Farbe? Oh. Ja? Nicht das. Oh, wow. Jetzt musst du erst da mitmachen. Äh, erst da mitmachen und dann dann. Vorsicht, guck. So, sieh mal. Vielleicht er nimmt diese Palette hier. Ah! Du wirst jetzt mehr in der Pfingzeit sein. So, mit das ist man schon mal fertig. Wieso? So, tatsächlich. Äh, tut mir nicht deine Nase ab. Halt. Ich bin fertig. Und mein anderer Auge! Zeig mal, dein anderer Auge jetzt. Die ist fertig. Und jetzt? Guck mal auf die Kamera. Ach, soll ich mich zeigen? Du siehst wie ein Halloween aus. Jetzt würde es gleich zum Halloween gehen. Weiter. Soll ich dich auch schmecken? Nein. Du siehst so ein Zeich aus. Danke. So, und jetzt? Das ist Lippenstift, Schatz. Würde ich machen. So, kannst du machen? Nee, aber das sieht scheiße aus. Das ist aber eine andere Farbe. Hm. Guck mal, ähm. Nee, ich möchte auf dich jetzt die Farbe. Ja, das hier. Aber das hattest du doch. Nein? Nein, das hatte ich noch nicht. Ich habe doch nie gesehen. Okay. Der hat's. Abbie! Weiter. Abbie! Und jetzt? Komm mal! Ich habe zu Hause was gemacht! Und jetzt? Oh, aber ich möchte mir einmal diese riesige. Ich war das. Nee, ich war das. Ich möchte das. Mein Kind schminkt mich. Challenge. Kannst du mich machen? Es gibt ja so eine Challenge. Und diese machen wir, Knall. Möchtest du das so schwer, Gries? Ja, willst du mich morgen schminken? Aber natürlich schöner. Möchtest du mich auch schminken? Aber nicht die ersten. Nein, ich möchte das machen. Morgen, wenn dann? Ich auch das. Wie sehe ich aus? Ihre Lippe. Kannst du ja mal ein Foto machen. Mach mal auf. Eigentlich ist das für die Augenbrauen. Nein, für die Wimpern. Gott sei Dank nicht für die Augenbrauen. Aber das ist auch nicht fürs Auge gedacht. Ach, du heilig. So, jetzt reicht's gar nicht. Besser, mach mal Make-up. Hatte er ja schon. Deswegen sehe ich ja so scheiße aus. Guck mich mal an. Was ist das? Mama, du siehst hübsch aus. Hör auf, da von jemandem zu erzählen. Ja, Lippe. Nee, ja, warte ich. Okay, wir beenden jetzt, weil ich sehe... Keine Ahnung. Also, mit Kind Nummer 1, also mit dem kleinsten, klappt's anscheinend nicht. Hat's geklappt? Super, dann sag mal Tschüss. Bis nächstes Mal. Ich möchte nochmal. Ja, aber nicht mehr heute. Schau mal, wie ich aussehe. Ich muss jetzt duschen. Ich möchte morgen. Ich muss jetzt erstmal duschen. Kannst du morgen wieder machen? Mal gucken. Morgen weiß ich noch nicht. Kannst du mich einmal kussen? Nein, sonst kriegst du doch Schminke. So, und wir sagen jetzt erstmal Tschüss.